so gemeckert hat da hat mich immer gegen markus geschubst verloren gewonnen dann haben wir zwei gewonnen jetzt haben wir eben gewonnen dann verloren sechs spiel damals durch bei wegen ja ich würde mich wie das wird der decke geht aber okay weil eigentlich ja warum im netz und sind so ein ding drin nicht jetzt da kommt egal also du gehst ja bleib hinten was alles gut das ist ja nicht gut ja weil wenn ich immer nach vorne wollen rennt ihr alle auch noch vor eigentlich nicht aber ist scheiße ich habe das sind rösten oder so glaube ich da hat einer bumm gemacht ja ich war das mit mir ab da vorne damit es ist nein wo warst du thomas das war doch 204 unterdrehen was wieder ist st nein nein ja und Ja, aber wir beide. ich bin von salz oder auch noch eine kommt verdrehen das ist keine gute basis bei dem stil momentan scheiße die heißt die kita ich kenne tatsächlich nikita ich habe markus zu ganz genau scheiße man da haben uns beide behindert da haben wir da habe ich zu spät gesehen dass er kam ja 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 Ich höre noch, kein Pass. Ich höre noch, kein Pass. Ich nehme den Einen auch mit aus dem Spiel. 2, 3. Komm. Scheiße. Hat der gut gespielt. Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Kriegst direkt danach wieder. Da waren so viele von denen vorm Tor. Ich wusste gar nicht, wo es zuerst ging. Wir machen den Anschlussreffer und kriegen dann quasi direkt im Gegensatz. Das geht wieder den zweiten Rückscheid. Ach, Mann. Der schon wieder. Das lässt sich immer so schwer einschätzen, wie der... Naja. Komm. Ich krieg aber auch keine momentane... ...die Richtung. Lock den nochmal. Ganz bereit, ich krieg's noch. Der steht aber auch überall und macht das Ding. Nein, holen. Mann, was da ist. Nein, gar nicht. Nee. Ach, ich bin da. Dann bist du da aber nicht. Wieso heißen die eigentlich nicht blau, sondern blauen Squad? Weil die eine Truppe sind, das könnten wir auch machen. Ach so. Da wir kein Team da haben, heißen wir halt dann nach den Farben. Und die nennen sich halt dann ein Team. Dann müssten wir uns topkennen. Keine Ahnung. Oder wie soll ich Kev, Masa, Kay, ne? Ja. Oder die Chaoten, die Opa-Packen. Ach so. Wir haben noch kein Gegner, okay. Ich hab eigentlich uns nur die Place gelandet nach unserem Vornamen. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Ich find den Namen ganz geil eigentlich. Das ist ein bisschen wie HWSQ, also Horizon Squad von Kronk. Ja. Ja. Und ich fiel mir nichts besseres ein. Ich hab einfach unseren Namen genommen. Ja. Warum werde ich grad angepuckt? Langeweile. Ich mach dir mal, ich mach dir mal. Tor. das ist ja nur trainings arena oder ja das ist nur wir warten auf den gegner noch eigentlich schade eigentlich ein ganz cooles feld hier in dem turm kann das ist ein bahnhof oder so ist es glaube ich verhindern was noch der hat noch ein hallo baby schön ja das ist boah, hier hat Tokio Drift hast du das? hat's rum gemacht du hast ja auch einige Fahrzeuge von Need for Speed von Tokyo, von FASOFURIES den Charger und den Skyline ich hab die ja beide ich mach ja grad drifts durch die Arena da ist ja auch zurück in die Zukunft und so das dauert aber gerade vielleicht hat man die Suche noch mal abrechnen und noch mal eine neue Super zum Spiel raus starten wie wir jetzt gerade keiner spielen Spiel verlassen ja gut, da kann ich dann mal eben mein neues Auto suchen dann pack ich mal mein Auto aus so, Autoankassen da ist auch eine Garage da ist ein Ice Charger dort Charger hier, hier FASOFURIES fffft H kilowatheures die 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 Holiday du 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 Okay haben wir uns verabredet leute hallo weiß nicht hallo zweimal dieselben ich könnte ja nur noch haben ich habe dann auch noch irgendwo den klaren fahren oder was dann das go das sind wir hier host post markus sieht schon besser aus wenn wir als ein team da kennt ihr das auto nicht kann damit keiner was anfangen mit dem fahrzeug nein ich weiß nicht woher von fanny weiß nein nein noch nie einer twisted metal gespielt nein da weißt du das sieht aus wie der eiswagen der mich nachts verfolgt hat in spiel twisted metal das ist das auto ist aus twisted metal okay wir kriegen die ja wir sind die slauen gruppe der fährt der große angriffsfläche die anderen müssen sich auch denken ja und zu gehen führung nach ist ich hab's noch versucht zu verhindern da fährst du schon so einen dicken brummer und dann kriegst du trotzdem nicht gebacken aber er hat die recht in dem moment hat der glück gehabt dass sie den noch rübergelegt hat die bremsen sind ja nicht so gut in diesem spiel das ist das ich glaube ich brauche sie keine bremsen ich finde es gut ich kann uns jeder tor verteidigen nein durch hatte ach schade oder nur wir haben es auch hier schade er war gut er war gut gespielt aber nicht mehr so ganz rum bekomme ich den wollte nachmann nach vorne gebracht von denen ich wollte ich getroffen nein erst mal weg damit ich nehme mit dir ich hab dir noch mal vor der kommt bei denen in die mitte man mit vorlage von mir sehr schön sehr schön gemacht ja der ist gar nicht so schlecht in die ecke zu setzen weil er da schön von der bande zurückkommt sehr gut die klauen haben ja zurückgeschlagen ich höre aufgefasst wie immer nach vorne zu legen ja da mache ich selbst ich wollte unternehmen aber da hat mich einer von hinten so weggepasht ja alles gut passt doch eigentor und wenn baby die doch aufgehalten hätte ich mich hingefahren hätte umgebracht oder knapp merkst du das wie er dich mag ja ich hab dich auch da könnte er ja da konnte ich schade oder er ist ein eiswagen das ist ein eiswagen meine ball jetzt habt ihr noch keiner rein die anderen waren zuerst dran der war perfekt gespielt eigentlich ja wenn die anderen zuerst dran sind ja 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 da kriegst du schon eine perfekte vorlage ja alles gut passiert so wie damals ein bisschen jetzt dich noch ein tor fangen ja ich hab ein bisschen erwischt dass er da weg geht und das sind ja einfach auf der auftippen lassen sehr gefährlich geworden glaube ich die denken sich auch wo haben die clowns wieder ich bin schon wieder ein match gewonnen als clowns ja sehr gut gemacht